Na, na? Bist du YouTuber? Wow, war gestern beim Livestream dabei. Ich auch. Oh was? Ernsthaft? Was geht denn ab? Green? Alter! Was? Was ist denn hier los? Jo, wär traumhaft. Könnte man auch. Bonior, meine Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung. Heute geht's mal rund im Stall. Heute wird die Party voll verglühen. Wir zocken heute eine Runde Horse Race mit Paluten. Hallihallo. Oh, oh, Crap, es geht schon los. Okay. Verdammt. Kleiner Fehlstart. Mit dem spontansten Versuch. Oh Gott. Oh nein, oh nein, ich bin im Netz. Ich muss hier rüberspringen. Nein, ich komme hier nicht rüber. Aber egal, kein Problem. Ich habe das ja gestern schon ein bisschen im Livestream gezockt, deshalb kenne ich hier die Abkürzungen, die mich jetzt hier nach vorne katapultieren. Oh, 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 rate mal, rate mal, wer ist das gerade? Ich nicht mehr, weil ich jetzt gerade nicht im Netz bin. Egal, das wird einfach eine extreme Aufholjagd. Also nicht wundern, Leute, es zuckelt immer so ein bisschen, aber ich glaube, das ist normal bei Horse Race. Ich denke auch, also sonst wäre es ja auch zu einfach, ne? Oh, da vorne sehe ich die Sturmwaffe. Ja, dann, dann, ich bin Dritter gerade. Dritter bist du? Mhm. Krass. Ich dachte, ich würde relativ weit vorne liegen, aber dann bin ich Fünfter nach Adam Riese. Na, Fünfter. Komm schon. Der muss doch mal irgendwo hängenbleiben, der Typ, ey. Innenbahn, Innenbahn, oh yeah. Oh nein, oh ja, gut, geschafft. Jetzt hier den Sprungtime. Oh, crap. Ist das richtig, dass man umso länger man drückt, umso höher man springt und so weiter? Gut. Man muss irgendwie auch immer einen Ticken vorher springen, ne? Ja, genau. Also, es ist immer so ein Ticken verzögert. Ich baue da drauf, dass du gleich irgendeinen Fehler machst, weil ich... Du, ich bin irgendwie, gerade habe ich so den fehlerlosesten Run aller Zeiten, nachdem ich gestern irgendwie in deinem Livestream mich so ein bisschen... Nein, nein, nein. Ah, jetzt hat es geleckt. Oh, wie ist es geleckt. Oh, komm schon. Komm schon, komm, 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 komm. Oh, da ist einer runtergefallen. Oh Gott, oh Gott, du bist echt mega, mega nah hinter mir. Ich will gar nicht nach hinten gucken. Nein, jetzt bin ich hier gegengedotzt. Komm schon. Yes, yes, yes. Was sind so berühmte Pferdenamen? Seabiscuit. Seabiscuit, komm Seabiscuit. No, Seabiscuit. Komm schon. Ja, genau. Von Meerjungfrauen, Mann und Blaubarschbube. Was? Kenntest du das nicht von Spongebob Schwarmkopf? Nee, ich kenne Seabiscuit einfach nur von dem Film. Seabiscuit. Und ich kenne von Craig Ferguson. Secretariat. Oh, wusstet Craig Ferguson? Ich wollte gerade sagen, es gibt jemanden, der den feiert in Deutschland? Ja, ich auf jeden Fall. Mega. Du bist gerade zu einem meiner Lieblingsmenschen. Nein, du nicht mehr geworden. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Nein, nein, nein. Seabiscuit. Komm schon. Komm schon. Nein, nein, ich habe wieder. Ja, 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 ja. Ja, ja. Komm schon. Innenbahn. Pass, 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 pass. Alles gut. Krass, dass du Craig Ferguson guckst. Ich kenne echt keinen. Ich liebe Craig Ferguson, ey. Der ist so lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Einmal vor Paluten. Komm schon. Nein, wir müssen aufholen. Oh, passt, passt, passt. Secretariat macht das hier. Alles super, alles super. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann. Kann ich irgendwie so mein Pferd zum Ausrasten bringen, dass es irgendwie die Hufe ausschlägt oder so? Komm schon, bitte. Oh, da vorne ist schon das Ziel. Ja, ja. Komm schon. Da ist schon einer vor uns, ne? Ja, ja, der hat gewonnen. Egal. Ich glaube, der drückt hat Gold und Silber. Ja, nee. Habe ich, habe ich den, sie, den zweiten Platz habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Habe ich. Habe ich. Okay, das ruft auf jeden Fall nach einer Revanche. Ich würde sagen, wir legen noch eine alles entscheidende Runde 2 ein. Ja, definitiv. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit Runde 2. Runde 2. So, Leute, jetzt geht es weiter mit Runde 2. Und jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst. Drei Sekunden noch. Nach den, nach den massiven Einlog-Schwierigkeiten. Ja, da war irgendwie... Oh, ich habe eben gar nichts gesehen, weil ich noch nicht in diesem F5-Modus war. Also, der Kinders hier läuft... Oh, er ist da. Ich komme da nie rüber! Und jetzt hänge ich wieder in diesem... Nein, nein, nein! Komm schon. Ich nehme wieder den... Nein! Es geht nur um das Battle gegen Sturm-Muffin. Es geht nur darum, dass Secretariat hier... Sea-Muffin... Oh nein, ich stecke fest! Nein, nein, nein! Ja, 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 ja. Passt, 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 passt. Oh, der Typ mit den 6 Wins, der ist ja auch gemein gefährlich da. Sechs Wins? Ja, der Typ hat sechs Wins hier vor mir. Oh, shit, hinspringen. Ich weiß sogar, wie viele Wins die Leute haben. Ja, ja, du hast auch eins. Oh, yeah! Stimmt, gestern habe ich einmal tatsächlich gewonnen. Das ist echt heftig. Aber mit deinen Abonnenten, ne, gegen die würde ich auch noch gewinnen hier. Und keine Freunde gemacht. Im lieben Internetland. Komm, komm, komm. Das war ein perfekter Jump Pro. Ich wollte schon gerade sagen, geht alle zu Sturmwaffeln und schreibt was. Nein, nein, nein. Aber das ist ja schon so in die Hose gegangen, ne? Ich wollte gerade sagen, habe ich schon hinter mir. Nachdem ich siebeneinhalb Stunden Nachrichten gelöscht habe, dank Simon, danke Simon nochmal dafür von meinem... Aber die sehe ich immer noch auf deinem Kanal, die Nachrichten. Echt? Die Channel-Diskussion, die habe ich gestern gelöscht. Echt? Ja, also die meisten davon. Waren ja auch ein paar Liebe dabei, die mir nicht geschrieben haben, da ich eine Pussy bin. Sondern die gesagt haben, du bist awesome. Ich bin, ne, eher so, du bist Pussy. War Joke, war Joke, war Joke, war Joke. War Joke. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, das Joke war, danke. Ich hänge dir wieder in deinem Nacken, aber ich habe das Gefühl, du machst immer selten Fehler. Ja. Oh, nein. Ist auch eigentlich so, aber... Nein, wieso komme ich denn da nicht durch? Dieser Typ mit den sechs Wins, der ist halt noch eine Ecke härter gerade. Also, ich stelle mich gerade ziemlich doof an, aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich baue einfach da drauf. Nein, nein, nein. Immer hier, immer hier. Immer die gleiche Stelle. Oh, ja, jetzt. Nein, oder dann bist du ja doch noch drüber gekommen. Nein, nein, warum stecke ich hier? Jawoll! Nein! Nein, 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 nein. So nicht, Freundchen, so nicht. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Nein, wow. Ja, nein, doch. Ja, ja. Was denn hier los? Es ist schon wieder das gleiche Duell, ey. Nein, nein, von Looten. Geh weg, ge weg, ge weg, ge weg, ge weg. Die letzten paar Meter hier. Kann ich dich hauen? Nee, ich habe auch gerade schon probiert, dich vom Pferd zu boxen, aber nein, nein, du bist die bessere Linie gefahren. Alles oder nichts? Das passt, das passt, das passt, das passt, das, das. Geh weg! Komm schon! Nein. Ach, Kinders, wenn du dir wieder hier keinen Fehler erlaubst, dann ist du hier schon wieder getutscht. Passt schon, passt schon. Alles cool, alles cool. Schon. Ich ist ja jetzt nur geradeaus rennt wieder. Nein, 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 nein. Wir bis gezüttt. Komm schon, Secretariat. Ein bisschen in den Bahnen. Nein. Pass, pass, pass. Den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Ja, 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 ja. Dritter nur, ey, das ist so krass. Unglaublich. So krass, ey. Warte mal, warte mal. Du bist gar nicht angekommen, oder? Ja, wieso bin ich... Warte mal, stehe ich nicht... Was ist denn hier los? Ich bin noch im Ziel, meine Damen und Herren. Was denn? Das ist alles getürkt. Hier beschissen. Oh, das ist geil, ey. Steht eigentlich einfach ganz einsam. Oh Mann, ich werde noch letzter. Nun gut, aber ich würde trotzdem sagen, wir hauen noch mal eine Runde raus. Wo ich noch mal versuchen kann, meine Ehre zu retten. Und dann sehen wir uns wieder zur finalen dritten Runde. So Leute, die finale Runde 3 beginnt. Und diesmal werde ich mir keinen Fehlstart leisten. Dieses Mal läuft es hoffentlich. Ja, da habt ihr aber schon die Ideallinie rausgesucht gerade. Ich komme hier einfach immer nicht drüber. Das ist einfach unglaublich. Oh, perfekt. Oh, da führt er das Feld an. Da führt er das Feld an, sage ich dir. Sturmwaffe, du Schlawiner. Ich will auch meinen Win haben, mein Erster. Bist du da schon wieder an dem anderen Hindernis vorbei? Bist du gerade Erster? Ja, ja, ich bin schon auf dem Berg nach oben gerade. Och, Kinas. Aber Moment, wo kommt denn der Wasserteil? Ich sehe dich nicht mal und ich glaube, ich bin Zweiter. Das kann aber nicht sein. Du bist der Horse Race Gott. Yes, 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 yes. Ich will einen Win. Das ist mein Ziel. Du hast es auch heimlich geübt. Gibt es auch so. Pst, 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 pst. Ja, nach deinem Streamen habe ich mir die ganze Nacht Zeit genommen. Ich habe erst mal Mojang angetippt. Meinst du, komm mal, Digga. Zeig mir mal, wie man Horse raced. Oh, oh, was ich hier für einen Runner hinlege gerade. Ich glaube, das ist Bestzeit. Das ist Bestzeit. Ist das, sage ich dir. Das könnte ein Triple werden. Gibt es irgendwie einen bestimmten Begriff für ein Triple, abgesehen von Triple? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein Triple. Gibt es einen Begriff für das Triple? Willst du nicht mal irgendwie dich andersrum, irgendwie so rückwärts ins Ziel? Nee, passt gerade. Da kommt ja noch unsere berühmte Stelle, wo wir uns immer richtig festkeilen. Ja, aber da verliert man auch nicht so viele Sekunden. Ich habe ja eher darauf gepocht, dass du da nochmal in diese eine Kuppe fällst. Da bin ich jetzt gerade. Ja, jetzt ist es schon merkwürdig hier. Aber das ging. Das ging sogar. War nicht perfekt. Apropos, meine Facecam ist jetzt erst angegangen. Tut mir leid, dass sie am Anfang nicht da war. Die wird irgendwann jetzt runtergeklappt sein. So, jetzt nicht. Nicht, nicht. Los. Komm schon, bitte. Irgendein... Ja, ja, ja. Marco, ich sehe dich jetzt zumindest. Alles gut, alles gut. Aber ich ziehe den Sprung. Oh, ich habe den Sprung so perfekt. Ich glaube, ich habe das Timing jetzt auch raus. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich hasse diese... Das macht keinen Sinn. Das macht gerade keinen Sinn, dass ich mich da aufgegangen habe. Ich habe ein paar Meter... Der Anfang war einfach... Der Anfang, der kriegt mich jedes Mal. Jetzt bin ich dir nämlich schon wieder einigermaßen gut auf den Fersen. Ich sehe dich zumindest wieder. Lass es einfach, lass es einfach. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Gönn mir doch den Sieg. Du hast das schon einmal gewonnen. Ich habe gar keinen Sieg. Du hast es zweimal Platz gemacht. Ja, aber untereinander. Aber insgesamt hast du das ja schon mal gewonnen. Ich will es auch einmal gewinnen. Ich will auch das haben, dass da ein Win steht. Alles für Paluten, nichts für Sturz. Ach, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das wird es doch hier. Das wird es doch hier. Das wird es doch hier. So einen Berg hoch, geradeaus, brezeln. Okay, ich gönne dir den Sieg. Jetzt sieht er so, dass er es nicht mehr schaffen kann. Dann gönnt er mir den Sieg, Kröger. Ich habe auch irgendwie Facecam irgendwelche. Ich habe mit gespaltener Zunge gesprochen. Jetzt, das kann doch nicht... Ja, da ist er. Da ist er. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Mal gucken, komme ich diesmal... Oh, ich werde sogar angezeigt als Zweiter. Oh, du hast sogar dieses Mal das Rennen beendet. Das ist ja echt fantastisch. Nun gut, dann muss ich ja neidlos anerkennen, dass du mich in dieser Runde Horse Race dreimal besiegt hast. Aber ich bin ja kein schlechter Verlierer. Ich bin es ja gewohnt. What, what, what? What, 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 what? So, und ich würde mal sagen, das war es dann auch mit dieser extravaganten Runde von Horse Race. Vielen Dank an die Sturmwaffel. Vielen Dank an dich, Baluten. Die ist auch wie immer unten verlinkt. Selber bei mir. Dann war es das für heute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.